Drei Jahre ist es her, dass wir in Leipzig das erste Mal Einwegbecher kritisiert haben. Auch wenn es Lifestyle ist, werden in Leipzig 1,3 Millionen Coffee-to-go-Becher verbraucht. Das ist eine Menge Müll und das sind eine Menge Ressourcen, die man schonen kann. Jetzt nach drei Jahren ist es uns endlich gelungen, nach einem Antrag der grünen Fraktion, den wir vor einigen Jahren dann endlich durchgebracht haben, dass es eine Lösung für Leipzig geben wird. Die Firma ReCup wird zusammen mit dem BUND Leipzig mit einem Mehrwegbecher-System an den Start gehen. Wir hoffen, dass viele, viele Firmen sich daran beteiligen werden, dass wir möglichst alle Einwegbecher aus Leipzig verbannen. Das zeigt, dass Grüne tatsächlich etwas umsetzen können. Das ist ein großer grüner Erfolg und wir hoffen, dass das Beispiel geben für andere Kommunen in Sachsen sein kann.